Ayo! Wir sind noch immer am Jagen. Jetzt wieder, quasi. Was haben wir denn da? Verdammt, ich habe dich nicht gesehen. Gut. Machen wir mal hier eine Hinweisanalyse erstmal. Das sind eindeutig Bären. Hm, was kann man damit wohl machen? Ein Hirsch hat Bären von diesem Busch gefressen. Kann ich nicht hinhocken? Ach, hier ist Busch. Ich kann so nicht arbeiten. Ein Fuchs. Hami, Hami. Verdammt, er hat mich irgendwie gewittert. Hinweis analysieren. Ah, das ist eindeutig ein Kleeblatt. Ist Klee. Kann ich eigentlich Feindling? Ein Hase. Au, das sind ja Tierchen. Stirb. Stirb. So, die hätten wir. Ah, da ist noch ein Fuchs. Oh, er hat sich versteckt, du. Dann jagen wir erstmal hier die, äh, dann machen wir erstmal die Füchse kaputt. Stirb. So, mehr als ein Tier. Ah, die Köderfalle kombinieren, um ein Tier zu fangen. Wir werden erstmal die optionalen Ziele auch mitmachen, würde ich sagen. Da ist ein Hirsch. Nicht so hektisch. Er ist aber hier, Flitz. Flitzpiepel ist das. Wir schlechten uns langsam hinan. Hinan. An. Hinweis analysieren. An, also. Was haben wir denn hier? Ein Hirsch hat hier. Gemampft. Hirsch, ich werde dich. Oh, nein. Oh, oh, oh. Stirb, Hirsch. Ha. Den habe ich, du. So, jetzt wirst du erstmal viel gewaltigt. So. Köder und Falle kombinieren, um ein Tier zu fangen. Luftattentat auf Tier machen. Oh, je. Ein Luftattentat. Wie sieht eigentlich aus? Habe ich die Falle eigentlich ausgerüstet? Ja, habe ich. Nehmen wir mal das in die Hand. Suche uns gleich ein Opfer, das wir von oben hin. Töten werden. So richtig vergewaltigen. Aber wie? Seht ihr hier auch gut hier schön? Ich glaube, die hören mich immer, ne? Oder was heißt Luftattentat? Inwiefern Luftattentat? Ich bin auf und mal wegzurennen. Sterb. Ist das ein Luftattentat? Ne, ne? Ich würde gerne fallen lassen. So. Dich werde ich erstmal häuten. Ähm. Aha. 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 Was haben wir denn hier? So. Wie mache ich ein Luftattentat? Wie einfach von oben runterspringen oder was? Und dann so. Und die locker machen. Aha. 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 Ich krieg dich. In your face. Eine will ja mal ein Kaninchen finden oder so. Ein Hase. Ein Hase. Ich habe nur ein Häschen. Hier nur ein Wölfchen. Beziehungsweise. Fuchs. Ich muss aber keinen Plan wie ich einen Luftattentat mache. Ein bisschen dope. Häschen. Häschen. Oh, doofe Ziegel wollte ich schon sagen. Reh. Doofes Reh. Ich kann so keine Luftattentate machen. Also, so kann ich nicht arbeiten, du. Hab ich erwischt, aber ich will erstmal die optionalen Missionsziele machen, bevor ich hier... Oh, da war ein Hase. Ah ne, das waren Wölfe. Äh, Füchse. Ich sag mal Wölfe. Was sagt mir denn das Unkraut? Jetzt kommt wieder, da hat ein Hirsch eben dran genascht. Richtig awesome. Ich werde zuschlagen, wenn es die Tiere am wenigsten erwarten. Ich bin wie ein Assassin. Haha, das steht hier. Das war ein Wortwitz. Und zwar werde ich ungefähr so und dann werde ich von oben hinab und dann BAM in your face machen. Ungefähr so. Köder und Falle kombinieren, um ein Tier zu vergewaltigen. Ich kriege ich Pau. Keine Ahnung, mir macht es einfach gerade Spaß, die Tiere hier umzunutzen. Wie platziere ich denn so eine Falle? Köder und Falle kombinieren. Woher kriege ich einen Köder? Da war ein Häschen. Weil wenn das da so rumliegt, da geht ja kein Tier hin. Oh, dann leg ich mich in meine Falle hin. Da da. Oder wie mache ich das mit dem Köder? Moment. Ey, Moment. Nein. Köder. Falle. Kann ich jetzt den Köder ausrüsten und zur Falle gehen? Und das da hinstreuen oder was? Und mich dann hier verpissen? Oder wie soll das jetzt funktionieren? Ja, such dir was Schönes aus, du. Ess ruhig. Ich habe eine Katze. Aus dem Hinterhalt. Aber ist das jetzt schon vorbei? Oh. Ich werde doch das optionale Ziel alle machen. Das ist doch scheiße. Ich kann so nicht arbeiten. Na gut, dann gehen wir mal zu unserem Kreis. Kannst du kommen? Oh nein, ich werde. Ach du heilige Scheiße. Böse mal weg. Böser Bär. Oh, da ist aber der Bär los. Bärchen, komm mal her. Ja, wer ist mein kleines Bärchen? Komm mal her. Hä? Komm mal, ich fresse hier. Leg mich mit so an. Bam. Ich habe ein Messer, ja? Das ist ein bisschen gefährlich, ich bin immer was. So, dann häute ich dich jetzt. So, mein Bärchen, du bleibst im Moment nicht mehr viel von dir über, du. Gut. Hey, das ist unser altes Dorf. Ich habe ihn getötet, komm wieder raus. Oh, maga, hallo? Ich habe so viel gefangen. Oh, nein. Ich habe 50 Rehe umgebracht, oder so. Es ist hier unbeendet. So, gehen wir mal langsam ins Dorf. Hallo. Da ich jetzt der König bin, befehle ich euch, schaut meine Videos. Bis zum nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.